Mist, das Rush noch nicht funktioniert, aber beim nächsten Mal. Herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist wieder euer Chris und heute geht es wieder um die Herausforderung, denn ich will euch natürlich die 100er Stufe beim Battle Pass gönnen, denn ihr wisst ja, es gibt ja was ganz Schönes, ja, was wirklich Schönes. Und den hier, der ist wirklich schön, da freue ich mich drauf und da arbeite ich gerne hin. So, Woche 2, ich habe euch gezeigt, wie ihr dieses Match macht und dieses Match. Das hier, das kann ich euch direkt nicht zeigen, weil ich nie weiß, wo die Action gerade abgeht. Das heißt, eliminiert einfach Gegner bei Sunny Steps oder Shift die Chefs. Ich blende euch kurz die Map ein, wo das ist. Und wenn ihr dann seht, oh, in Gruppenkeile oder im Duo oder im Solo oder im Team, ihr seid gerade da in der Stadt, versucht da einfach zu killen und dann habt ihr die drei. Wir versuchen jetzt mit einer Pistole 500 Schaden an Gegnern, ja, auszuüben. Das heißt, ich besorge mir jetzt ein paar Pistolen und dann geht's los, Leute, bis gleich im Match. Könnt ihr sie sehen, Freunde, könnt ihr sie sehen? Da, da ist sie. Endlich, endlich. Damit versuchen, oh, 286 Vertrauen. Ja, damit versuchen wir auf jeden Fall jetzt die Kills zu machen. Was ist das denn für ein mieses Gameplay? Na, aber zählt das schon als Schaden? Ja, das zählt schon als Schaden, achso, ich müsste nicht mehr killen. So, 296 von 500. So, es müsste 100 Schaden gewesen sein. Ich glaube, die Challenge ist noch nicht, ah, da unten, komm. So, 500 voll. Und damit habt ihr dann die Aufgabe auch erledigt und bekommt eure Stirn. Ich mach noch ein paar Kills und dann sehen wir uns gleich am Ende wieder. So, Leute, das war's auch schon wieder hier mit dem Match. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, wie ihr John Wick handeln könnt und schaut die anderen Videos an. Bis zum nächsten Mal.